Ja, durch Corona hat sich für mich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, weil Social Distancing kennt ja jeder, der länger verheiratet ist. Wir hatten am Ende eine Fernbeziehung in derselben Wohnung. Ja, und ihr bedeutet ja, dass dann auch Social Distancing körperliches Distancing wird. Ja, nicht zu vergessen Emotional Distancing, weil Emotionale haben alte weiße Männer ja ungefähr so eine Bandbreite. Wie geht's denn dir? Gut geht's mir, danke. Wie geht's dir? Auch gut. Würde ich nix tun und zuhause bleiben die Menschheit retten. Ja, ist natürlich was für mich. Ja, ich frag ja nur, weil du bist ja Risikogruppe so altersmäßig. Ich will nur wissen, ob ich mich kümmern muss. Das ist aber süß von dir. Ich hab Schokokuchen gemacht. Soll ich dir ein Stück vorbeibringen? Wann man ja nicht. Doch, stell ich vor die Tür. Und dann guckt jeder für sich Fernsehen und wir essen Kuchen dabei? Genau, wie früher. Ups. Was machst du denn da? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Dann guck mich doch an. Wir reden doch gerade miteinander. Anne. Ah, das ist es. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.